Ahoi, liebe Camping-Freunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Es wird Zeit für ein neues Update und wie geht es auf unserem Kanal eigentlich weiter, das bekommt ihr wann zu erfahren? Nach dem Intro. Wir schreiben heute den 27. Januar, ist gerade eingeblendet, weil wir das Video aufnehmen, also morgen sollte es dann rauskommen und wir wollen jetzt einfach mal nachgehen, was haben wir alles so für Thematiken. Zum einen natürlich, wie sieht es jetzt aus? 32.000 Euro, das ist das, was hier auf der Rechnung steht, auf den Kostenvoranschlag, da steht alles drauf und wie sich das nochmal entwickelt, weil wir teilweise Kommentare bekommen haben, die mehr als grenzwertig sind. Sie haben es auch alle nicht geschafft, sie sind nicht in den Recall gekommen, das heißt, die haben wir, ja so hart es klingt, ja zensieren wir, das haben wir aber rausgeschmissen, weil teilweise uns als Spendenheuchler zu beschimpfen, das müssen wir nicht machen. Dann gucken wir einfach mal, wie gesagt, auf die Kommentare, wie geht es allgemein auf unserem Kanal auch weiter, das sind alles vielleicht wichtige Themen, denn wir haben einiges vorgehabt und irgendwie wollen wir es trotzdem noch machen und deshalb in diesem Video geht es an. Als erstes glaube ich, das brennt allen unter den Nägeln, uns auch am meisten, wie ist denn jetzt der Sachstand eigentlich? Was ist passiert zwischen letzte Woche Freitag, wo wir die Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hiobsbotschaft bekommen haben, also das ist ein Niederschmetternde und heute. Den einzigen Tag, genau, was der Sachstand ist. Ja, die Woche war sehr aufreibend, das Wochenende natürlich war aufreibend logischerweise. Ich habe in der Woche noch einiges gemacht, das heißt, wir haben noch mit Sachverständigen telefoniert, die diese Thematik kennen, muss ich ehrlich gesagt dazu gestehen. Diese Schäden sind gar nicht so selten, kann ich mal dazu sagen und auch diese Schäden sind gar nicht so unüblich, denn es sind ja nicht ausgelöst direkt durch den Dieselpest, aber Folgeschäden davon. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte und das ist doch, gibt es welche in Deutschland und die Sachverständigen, die haben mir das auch bestätigt, also das heißt, da gibt es keinen Zweifel, das ist einfach so. Haben wir halt blöd gelaufen und es ist halt Pech gehabt. Was wir auch noch gemacht haben, ist, dass wir das Fahrzeug über den Sachverständigen durch ein System durchgejagt haben. Ob es denn bekannte Fehler gibt? Nein, gibt es leider nicht. Das heißt, auch dort gibt es keine Chance auf irgendwelche, ja, vielleicht Kulanz zusätzlichen Anträge oder was auch immer, was man vielleicht alles machen könnte. Mit anderen Worten, wir haben die Arschkarte und wir bleiben auf den Kosten sitzen. So ist es einfach fertig. Was machen wir jetzt daraus? Das ist nämlich das auch, was wir auch geklärt haben oder angefangen haben zu klären. Ich habe eine andere Werkstatt nochmal angefragt. Das hat unsere Werkstatt uns ja auch angeboten, also das muss man ja dazu sagen. Also die stehen uns nicht im Weg, das will ich hier auch nochmal ganz klar sagen. Also das Autohaus sagt ja selber, so ein Mist, was ist da bloß passiert, das ist total kacke und wir haben es halt jetzt mit einer anderen Werkstatt, werden wir das Auto reparieren. Wir haben dort angefragt, was das kostet. Da gab es auch einen Austausch untereinander und wir werden die Kosten senken können. Das auf jeden Fall. Das ist erstmal die gute Nachricht. Wir wissen auch ungefähr, mit was wir rechnen können. Stand jetzt bei 32.000, das war ja der Stand, der hier drauf steht, wovon wir erstmal gerechnet haben. Wenn alles gut geht, wenn uns der holde Camper Gott uns hold ist, könnten wir bis zu 30% einsparen. Wir sagen jetzt im ganz großen Sinn noch keine Endsumme, weil es kann natürlich sein, dass ein gewisses Teil vielleicht dann nochmal ausgetauscht werden muss etc., was jetzt in der Rechnung nicht drin ist. Aber die Werkstatt, mit denen wir sehr gute Erfahrungen über Jahre gemacht haben, es ist im Sinne von Fiat eine freie Werkstatt, das ist keine Vertragswerkstatt von Fiat, das ist zwar eine Vertragswerkstatt, aber auf eine andere Mobilität. Die haben halt aber gute Erfahrungen, haben wir ja im letzten Video auch schon gesagt. Genau. Und die werden das genauso gut zusammenschrauben können, weil es sind auch Monteure, die bei Fiat mal gearbeitet haben. Also von daher mache ich mir auch gar keine Sorgen. Die haben auch sehr viel Erfahrung, was die Ducatus damals betrifft, haben die da, ich glaube, 15 Jahre oder sowas gearbeitet. Also das wird auf jeden Fall werden und das ist auch eine gute Entscheidung, glaube ich, weil, das muss man nämlich auch noch dazu sagen, mit diesem Motor, erstens kriegst du den nicht an jeder Laterne und das Zweite ist, du kriegst auch nicht unbedingt die Leute, die da Ahnung von haben, denn es gibt auch bestimmte Dinge, die ja angelernt werden müssen und so weiter und so fort. Also was ich auf jeden Fall hier sagen möchte, einen vielen, vielen herzlichen Dank allen Leuten, die uns per E-Mail angeschrieben haben, die uns per Instagram angeschrieben haben, die uns halt unter den Kommentaren. Wir haben so viele Unterstützungsangebote bekommen, wo auch ihr schon mit Werkstätten gesprochen habt und habt gesagt, kann man das so machen und hier meldet euch mal bei dem und schöne Grüße etc. Also recht herzlichen Dank. Wir haben jetzt den ganz, ganz großen Vorteil. Unsere Werkstatt ist nur sechs Kilometer von uns entfernt. Richtig, also um die Ecke. Also wir haben Hinweise bekommen, da wären wir in Allgäu gewesen, wir wären in Mitteldeutschland, in Westdeutschland. Das wäre alles sehr, sehr weit weg gewesen. Im schlimmsten Fall, ist das eine Option, die wir nicht ausgeschlossen haben. Definitiv. Also danke, dass ihr euch da wirklich Mühe gemacht habt. Aber wir sind jetzt froh, dass wir halt wirklich bei uns in der Region jemanden haben. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen für die echt so herzlich netten Kommentare, die wir auch bekommen haben. Wir haben natürlich nicht nur, ich sag mal so, Kommentare bekommen, die sagen, ah, ihr seid ja Heuchler oder irgendwie sowas, sondern wir haben auch super, super lieb geschriebene Kommentare bekommen, auch E-Mails dazu. Also wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Das waren echt tolle Worte, die einen auch aufbauen. Das muss man wirklich sagen. Genau. Zu den Heuchlerchen-E-Mails, da kommen wir theoretisch jetzt sofort schon, denn das war eine der Hauptargumentationen teilweise sehen. Eine Sache wollte ich auch noch sagen. Entschuldigung, dann sollte ich wieder sagen. Genau, bevor wir da sind, weil zu den technischen Details nochmal, weil das wird euch sicherlich interessieren. Der Motor und die Teile sind brandneu. Sie sind Originalteile. Sie kommen direkt aus Italien. Das heißt, die werden auch aus dem Werk kommen. Das heißt, es gibt, der Motor hat sozusagen, der kommt im Kompletten, also bis auf Anbauteile noch, aber sonst ist das der Rumpfmotor komplett. Der hat 0 Kilometer runter. Das heißt, wir kriegen ein Fahrzeug, was dann wieder 0 Kilometer hat. Das muss man auch nochmal dazu sagen, weil das wird bestimmt einige auch interessieren. Es ist also kein Austauschmotor, sondern ein nagelneuer Motor. Genau. Und jetzt kommen wir zu den Kommentaren, würde ich sagen. Genau. Das sind immer noch in vielen Kommentaren, die es auch geschafft haben in den Recall, also sprich, die wir veröffentlicht haben, weil einfach die Art und Weise noch im Human ist. Wo ihr verständlich gefragt habt, wie kommt man auf 32.000 Euro? Wir haben hier mal eine Liste gemacht. Allein die Arbeitsstunden sind 2.300 Euro. Das waren die Arbeitsstunden, mit denen rechnen wir circa jetzt auch wieder, weil das ist eine Arbeit, so ein Ding auseinanderzunehmen etc. Genau. Wir rechnen jetzt auch im Moment noch mit ein bisschen mehr. Also die Viert-Werkstatt ist uns da sehr entgegengekommen und hat auch den Stundensatz runtergesetzt. Das muss ich nämlich nochmal dazu sagen. Und das ist auch wichtig, weil viele das nicht verstanden haben. Die haben gesagt, 15.000, wieso 32? Vergesst bitte nicht, wir haben immer noch eine Dieselanlage, die auch noch gemacht werden muss. Das ist dazu, genau. Bei mir bleiben bei dem Standpunkt, wir machen das bitte nochmal neu und arbeiten dann neu an. Und da gibt es noch ein Nachfolgevideo, was man dann beachten soll. Aber die darf man nicht vergessen. Also wir sind von 10.000 auf 32.000 gestiegen. Da waren die 10.000 Euro original noch mit dabei. Das darf man nicht vergessen. Also es kommt dazu, eine Einspritzventile, 2.000 Euro. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen weggucke, aber ich gucke gerade ins Licht und ich denke, ich sehe danach nichts mehr. Einspritzpumpe sind wir bei 1.600 Euro. Es wäre ein überholter Motor gewesen, der eingebaut wurde. Genau, der ist ja auch nicht schlecht, um Gottes Willen, der ist auch wie neu. 10.500 Euro, ein überholter Turbolader von 1.750, ein Katalysator 1.850. Sonstige Kleinteile, die man ja immer vergisst, das ist auch ganz schön was. Schrauben, Dichtungen und Rohre und was nicht, dass alles dazu gehört, 6.480 Euro. Genau, da sind auch Ansaugbrücken und so weiter, haben wir jetzt da auch mit drin. Und dann sind wir halt wirklich tatsächlich nur bei 26.480 Euro. Ich weiß aber nicht, ob ihr es wusstet, in welchem Land wir leben. Und dass auf jede kleine Pups, den du irgendwo kaufst, so was wie eine Mehrwertsteuer kommt. Und die schlägt nämlich ein mit über 5.300 Euro. Und die bezahlen wir. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt die Mehrwertsteuer einfach sagen, ach, die bezahlen wir nicht. Die gehört dazu. Und so kommt man auf eine Summe von 32.000 Euro. Und das ist natürlich ein Riesenbatzen. Da sind wir jetzt auf der Hoffnung, dass wir, wie gesagt, bis zu 30 Prozent da einsparen können. Und dann zahlen wir mal. Andere Sachen, was uns wirklich geärgert, also was uns geärgert, wir haben es dann gelöscht. Es hat uns geärgert. Aber wir konnten es schnell löschen und dann was raus. Aber trotzdem wollen wir sagen, wir wollen teilweise ja, wer hier spendet, ist selber schuld. Und das sind doch Luxusprobleme und so weiter und so fort. Ja, vielleicht haben wir das Glück, dass wir durch einen YouTube-Kanal sowas erfragen können. Und wir sind richtig, richtig dankbar. Und ich glaube, tausend Dank steht hinter uns an alle, die uns wirklich unterstützt haben. Ja, das hilft uns auf jeden Fall sehr. Denn damit konnte allein die Rechnung, denn das darf man nicht vergessen, wir haben eine Rechnung auch noch bei dem Autohaus offen, weil die haben auch was getan. Wo Fiat angefangen hat, genau. Das ist ja nichts, als wenn die gar nichts getan haben. Aber da muss eine Rechnung und das können wir sagen, das ist mit den Einnahmen, also eure Unterstützung auf jeden Fall möglich. Deshalb tausend Dank an alle, die uns unterstützt haben hier in dem Falle. Das hilft uns wirklich, dass wir nicht einen Riesenbatzen Neukredit aufnehmen müssen, weil wie sagt er? Naja, wir müssen schon ordentlich Kredit aufnehmen. Das steht auf jeden Fall fest. Aber es ist nochmal, es ist eine Summe weniger, die wir machen müssen. Und das kann man auch sagen. Und wenn es drei Monatsraten sind, die wir weniger bezahlen müssen. Ja, das ist richtig. Das hilft nun mal ungemein. Deshalb da nochmal Danke, Danke, Danke. Danke, genau. Auf die anderen ganzen Sachen, die da reinkommen, lassen wir es außen vor. Wie gesagt, man weiß immer, was da ist. Und wie gesagt, ja, wir kommentieren. Auch dieses Video wird wieder kommentiert irgendwann. Hör ich auf damit, weil das ist noch mehr Arbeit, Videos zu kommentieren. Lieber habe ich das. Ich antworte nur drauf. Aber jedes Beitrag freizuschatteln, das macht auch Arbeit. Das gibt es bald nicht mehr, Gott sei Dank. Aber auch bei diesem Video werden wir es nochmal machen, weil es gibt immer noch Trolle, die meinen, wir wollen ja nur das Schlechteste. Und das ist nicht der Fall. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken. Ja, wie geht es überhaupt weiter auf unserem Kanal? Ja, das war ja wirklich eine große Frage, die wir bald nicht mehr beantworten konnten, weil wir dachten, wenn unser Auto jetzt über den Monat nicht zur Verfügung steht. Alles schwierig. Also aufgeben tun wir nicht. Verkaufen tun wir auch nicht. Habt ihr ja damit auch mitbekommen. Wir machen das anders, sag ich mal. Wir machen weiter und gucken. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, es wird Messevideos geben. Wir sind hier in der Region Hannover. Das heißt, in Hannover ist demnächst die ABF. Da werden wir auch hinfahren. Da haben wir ein gutes Angebot durch den ADAC. Also jeder, der am Mittwoch kommt, hat ein gutes Angebot. Und das haben wir jetzt einfach ausgenutzt. Schwiegereltern nehmen wir mit. Für die Karte der Messe. Genau. Sie wollten nämlich da auch mal was hingucken. Deshalb fahren wir da hin. Da werden wir ein Update auf jeden Fall im Vorfeld drehen und dann auch einen Messe-Rundgang. Und dann werden auch unsere Reisevlogs. Denn wir sind zwar die Peschvögel, Stefan und Marcel, aber irgendwann haben wir gesagt, wir möchten auch wieder die Reisevlogger sein. Das heißt, die Videos kommen auch. Wir haben auch noch Stellplatzguides im Köcher. Denn wir müssen noch ein bisschen gucken. Es kann sein, dass im Februar noch vielleicht noch eine OP ansteht. Und da muss man ein bisschen was haben, weil, wie gesagt, so schnell drehen wir sonst ja nichts. Genau. Also es gibt auf jeden Fall immer noch mal wieder welche Videos. Auch andere Themen. Endlich auch mal andere Themen. Genau. Aber trotzdem werden wir euch auf dem Stand halten. Soweit wir weitere neue Informationen haben, wenn wir so eine Endrechnung haben, werden wir euch das berichten. Natürlich. Und natürlich, auf was wir zukünftig achten. Genau. Das ist so ein technisches Video, wo ich mir wirklich noch sehr viel Mühe mitgeben werde. Ja, gut, du darfst schlafen, na klar. Aber da versuche ich mir sehr viel Mühe mitzugeben, damit ihr auch wisst, was ihr denn machen könnt. Vorbeugend, bevor so ein Schaden passiert. Und es gibt tatsächlich einige Möglichkeiten, ohne auch immer gleich ein Adjektiv zu machen. Also man kann auch was anderes machen. Und da kann man sogar gar ein bisschen Geld sparen. Und das ist dann nicht gepowert von diesem Bereich, weil das machen wir alle selber. Das haben wir schon mal gelesen. Genau. Und ich verrate euch auch Fahrzeuge, die dieses Adjektiv automatisch bekommen, weil das gibt es nämlich sogar auch. Genau. Man glaubt es kaum. Dann haben wir natürlich geguckt, was kann man denn machen? Denn wie gesagt, die Vollkaskoversicherung übernimmt das natürlich nicht. Die haben das nicht drin, weil das sind andere Bereiche. Darf ich das jetzt aussprechen? Ja, ja, na klar. Ich will nur noch was dazu sagen. Mach mal. Das kannst du dann machen. Dann auf jeden Fall. Ja, klagen ist kein Weg, weil wem willst du verklagen? Kannst du einfach nicht. Das ist einfach nur wirklich höherer Schicksal. Murphy ist das gewesen. Und es gibt eine Seite, die habe ich gefunden. Da kann man halt so eine Art Garantieverlängerung machen. Das ist garantiedirekt.de. Da habe ich schon was gefunden. Aber jetzt ist die große Frage unter euch. Habt ihr schon Erfahrung mit dieser Versicherungsart? Positives wie negatives? Dann gerne rein in die Kommentare. Hilft ja alle weiter. Genau, weil ist das ein Modell? Kann man das dann machen, wenn man es schon nicht über die normale Versicherung machen kann? Dass man halt eine Art Zusatzversicherung für dieses Thema hat? Denn selbst egal, was wir machen, es ist nicht ausgeschlossen, dass der Fehler nochmal kommen könnte. Und dann wäre vielleicht eine Art Versicherung noch was Gutes. Das, also wenn ihr da Erfahrung habt mit garantie-direkt.de, das ist der Link, den ich da gefunden habe, dann bitte rein in die Kommentare. Und jetzt darfst du deinen Finger wieder heben, denn du hattest ja noch was. Ja, genau. Ich wollte nämlich noch dazu sagen, weil wir haben mit dem Versicherungsexperten auch darüber gesprochen und du hast keine Chance, weil das betrifft keine Autoversicherungsgeschichte. Du hast halt selber getankt und da ist das nicht drin. Was anderes wäre es, wenn es jemand den Tank aufbrechen würde und dann irgendwas in den Tank schütten würde. Und das hat Gott sei Dank keiner. Und nochmal, auch weil das einer der Kommentare war, das ist nicht unser Ansinn, die Versicherung. Aber man prüft das doch, wenn man so eine Summe hat, ob 10.000 oder 32.000, dann prüft man, ist das ein Versicherungsfall, den man abdecken kann. Und wir bleiben auch dabei und deshalb haben wir ja gefragt, wen kann man verklagen, also könnte man jemanden denn überhaupt auf einen Klageweg machen? Nein, es geht nicht. Und das ist auch das Gute in Deutschland, dass du nicht einfach so klagen kannst. Das war schon immer unsere Grundhaltung so. Und es ist auch gut, dass du eine Versicherung nicht einfach so ausbeuten kannst, weil dann würden wir wahrscheinlich nicht 100 Euro im Monat an Versicherung bezahlen, sondern 20.000 Euro, weil das bezahlt keine Versicherung mehr. Also das auch nochmal erwähnt, dass das nicht unser Ansinn ist. Aber jeder und er solle bitte sich im Grabe umdrehen oder halt erst mal ins Grabe gehen, während er es anders meint, so ungefähr, nee, nee, keiner guckt ja mal aufs Geld, was möglich wäre. Ich glaube, das ist... Ja, Hand aufs Herz, da sind wir alle so, genau. Genau. Und, äh, aber das nur am Rande. Genau. Also ihr wisst jetzt, was ungefähr auf euch zukommt. Ich muss nochmal meinen schlauen Zettel gucken. Kommentare sind wir durch und wie geht es weiter? Garantie haben wir gefragt, Kosten haben wir euch auch gesagt. Ich glaube, das reicht schon wieder. Wir haben schon wieder viel zu lange geredet. Und wie gesagt, ich muss gleich meine Augen, wörtlich schon, also das ist echt Hammer mit dem Licht, würde ich sagen, wenn jetzt alles gut geht, seht ihr am Samstag ein Video, am Montag und dann auch am Mittwoch wieder. Also es kommen jetzt wieder ein paar Videos und hat nichts, was mit Schaden zu tun hat. Ihr seht, unser Licht ist schon ein bisschen weiter. Karel Gott, ne? Irgendwann wird die Sonne wieder scheinen. Es ist jetzt langsam mal wieder so drin. Wie gesagt, vor uns scheint sie auch. So, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und nochmal vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank dazu. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. bei einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfeldcamper. Ciao, ciao. Tschüss.